Liebe Läuferinnen und Läufer, herzlich willkommen bei unserem dritten Ulmer Spindelsprint. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir trotz Corona den Spindelsprint heute durchführen können. Diesmal etwas anders hier oben auf dem Parktick, aber trotzdem mit viel Spaß und guter Laune und euch allen ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Jawohl, der Untergang ist losgelaufen. 15 Sekunden, dann kommt der nächste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020